Und hallo YouTuber und willkommen zu Folge 57 der Germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um ein sehr interessantes Konzept der Germanischen Mythologie. Es geht um die Phylgien und die Hammingya, die auch als Vollgeseelen und Schutzgeister bekannt sind. Sowohl die Phylgien wie auch die Hammingya sind weniger bekannte Konzepte, aber dafür umso interessanter Gestalten in der Germanischen Mythologie und Kultur, die vor allem auch klar darauf hinweisen, dass die Germanen zumindest einen gewissen Glauben an eine Seele hatten, der sich aber ganz entscheidend von der typischen christlichen Vorstellung einer Seele unterscheidet. Der Begriff Phylgien, im Singular Phylgia genannt, lässt sich in etwa als Vollgeseele oder Vollgegeist übersetzen und taucht immer wieder in der nordischen Literatur und den Sagen auf. Sie sind eine Art von Seelenwesen, die zwar mit einem Menschen verbunden sind, aber dennoch von diesem losgelöst agieren und daher als Vollgeseelen oder eben Vollgegeister bezeichnet werden. Phylgien können dabei in zwei verschiedenen Formen auftreten. Entweder als weibliche Geister oder in Tiergestalt. Stets sind sie aber an einen Menschen gebunden und Teil von diesem. So kann die Phylgia als Teil eines Menschen verstanden werden und als eine Art persönlicher Schutzgeist. Zumeist ist die Phylgia eines Menschen nun unsichtbar, nur im Traum erscheint sie als Frauengestalt ihrem Träger. Aber jene, die über seherische oder magische Kräfte verfügen, können oftmals auch die Phylgien von anderen oder von sich selbst sehen. Nur in sehr seltenen Fällen erscheinen die Phylgien ihrem Träger oder anderen direkt, zum Beispiel um ihren Träger vor dem nahen Tod zu warnen oder vor ähnlich bedeutenden Ereignissen. Doch Phylgien können noch viel mehr tun, als nur ihrem Träger im Traum oder im Wachen zu erscheinen und diese zu warnen. Sie können auch direkt agieren und Einfluss auf die physische Welt nehmen. In Geschichten, in denen die Phylgien nun direkt Einfluss nehmen, treten sie nun oft auch in Tiergestalt auf, wobei ihre Erscheinungsform den Träger und dessen Charakter repräsentiert. Besonders in dieser Form sind sie auch anderen Personen sichtbar und sie können für ihren Träger Handlungen ausführen. So heißt es, dass die Phylgia eines Feindes ebenso gefährlich ist wie der Feind selbst, wo man sich sehr davon in Acht nehmen muss, wenn ein Feind seine Phylgia schickt. Gerade diese Funktion der Phylgien wird in den Sagen oftmals auch von Zauberern genutzt. Ein Beispiel dafür findet sich etwa in der Saga von Hrolf Kraki und seinen Kempen. Darin verstecken sich die beiden Brüder Helgi und Roa zu Beginn der Geschichte auf der Insel des alten Mannes Wiefli vor ihrem Onkel Frodi, der ihren Vater für den Thron ermordet hatte. König Frodi will auch sie töten, damit sie keine Rache an ihm nehmen und seinen Anspruch auf den Thron nicht gefährden können. Um die beiden nun zu finden, sucht Frodi Rat bei seinen Seherinnen und als diese nach den Brüdern suchen, warnt der alte Mann Wiefli die beiden, dass sie sich bald verstecken müssen, denn er spürt, dass große und mächtige Phylgien auf seine Insel gekommen waren. Es scheint hier also ganz so, als hätten die Seherinnen von Frodi ihre Phylgien ausgeschickt, um nach den beiden Brüdern zu suchen und diese Phylgien sind dann von Wiefli erkannt worden, der sie dann warnt. Wie weit der Einfluss von Phylgien auf die reale Welt aber geht, ist unklar. Ihre Kraft, das Schicksal und sogar den nahen Tod ihres Trägers zu erkennen, wird für die Phylgien klar hervorgehoben. Doch wie weit sie in der realen Welt wirken können, ist oft nicht ganz definiert. Wenn man aber bedenkt, dass die Phylgien eines Feindes als mindestens so gefährlich und mächtig gesehen wurde wie der Feind selbst, zeigt das, dass ihr Einfluss wohl mindestens genauso groß war, wie der Einfluss des Trägers es gewesen wäre. Zum Teil scheinen die Phylgien hier geradezu wie Doppelgänger des Trägers agieren zu können. Anzumerken ist dabei, dass die Phylgien dazu aber nicht immer in Tierform erscheinen müssen, auch wenn das meistens der Fall zu sein scheint. In der Viga-Glumpssaga zum Beispiel erscheinen Phylgien als riesige Frauengestalten, die über einem Fjord schweben. Hier scheinen die Phylgien auch bis zu einem gewissen Grad an den Ort selbst gebunden zu sein. Vor allem in den Sagas wurde dieses Konzept einer Folgeseele, die als persönlicher Schutzgeist dient, recht weit verwendet und überschneidet sich mit anderen Konzepten und Wesen. So scheinen die Phylgien, wenn sie Ereignisse und den Tod ihres Trägers vorhersagen, sehr ähnlich zu den Nornen und diesen zu sein, während sie in ihrer Gestalt als Tiere und Doppelgänger eher den Vettir, den Haus- und Landgeistern ähnlich sind. Eine zentrale Besonderheit der Phylgien aber, die sie von anderen Wesen wie diesen, Vettir oder Nornen klar unterscheidet, findet sich dann in Bezug auf den Tod ihres Trägers. Sie können ihren Träger vor dem nahen Tod warnen und von seiner Phylgia verlassen zu werden, wird in der nordischen Literatur als Umschreibung für den Tod verwendet. Aber mit dem Tod des Trägers stirbt seine Phylgia nicht und es geht mit der Phylgia noch weiter. So verlassen die Phylgien ihren Menschen einfach nur, wenn er stirbt und gehen dann auf einen neuen Träger über. Und bei den Phylgien ist dies zumeist ein Verwandter des ursprünglichen Trägers. So zeigt sich bei den Phylgien auch eine starke Familienzugehörigkeit und sie werden sozusagen bei dem Tod des Trägers an die nächste Generation weitervererbt und können daher auch als eine Art Familienseele oder Schutzgeist der Familie gesehen werden. So lebt die Phylgia eines Menschen auch auf jeden Fall nach dessen Tod noch weiter, da sie auf einen neuen Träger in seiner Verwandtschaft übergegangen ist und ein Stück des alten Trägers bleibt so nach seinem Tod in der Welt bestehen. Doch nicht nur Phylgien tauchen als germanische Seelenwesen in den Sagen auf, sondern auch die sogenannten Hammingya. Dieser Begriff kann als personifiziertes Glück des Menschen übersetzt werden. Die Hammingya sind den Phylgien nun sehr ähnlich und stellen ebenfalls ein Seelenwesen dar, das Teil seines Trägers ist und eben dessen Glück personifiziert darstellt. Hier nimmt das Glück eines Menschen also tatsächliche Form als Seelenwesen und Schutzgeist an. Tatsächlich sind sich die Phylgien und die Hammingya in so vielen Aspekten so ähnlich, dass es sich dabei vielleicht nur um verschiedene Ausprägungen der gleichen Vorstellung handeln könnte. So werden die Hammingya ebenso wie die Phylgien vorwiegend als weibliche Schutzgeister und Seelenwesen gesehen, die mit einem Menschen sehr eng verbunden sind und als dessen persönlicher Schutzgeist und Folgeseele agieren. Die Hammingya werden aber noch mit einer ganz anderen Eigenschaft als nur der Funktion als Schutzgeist eines Menschen verbunden, und zwar mit dem Gestaltwandeln. So geht das Wort Hammingya vermutlich ursprünglich auf Ham-Gengya zurück, was so viel wie Gestalt gehen lassen bedeutet. Durch sein personifiziertes Glück als Hammingya kann ein Mensch also seine Form verwandeln. Er kann sein manifestiertes Glück in eine andere Form bringen und dann in dieser Form erscheinen und agieren. Vor allem auch in dieser Funktion treten die Hammingya oft in Sagen auf, wo sie von Gestaltwandlern genutzt werden. In Bezug auf den Tod des Trägers fanden sich die Hammingya dann aber wieder sehr ähnlich zu den Phylgien. Auch die Hammingya bleibt nach dem Tod in der Welt zurück und geht auf einen neuen Träger über. Anders als die Phylgien aber scheinen die Hammingya nicht an die Familie des Trägers gebunden zu sein, sondern können auch auf andere Personen übergehen. Außerhalb der Phylgien und der Hammingya gibt es bei den Germanen nun keine weiteren Anzeichen für einen konkreten Glauben an eine Seele. Zwar glaubten die Germanen recht eindeutig an ein Leben nach dem Tod und es gibt auch viele Hinweise, dass die Germanen ihre Ahnen verehrten, doch eine Seele im christlichen Sinne kannten sie so nicht. Lediglich die Phylgien und die Hammingya als Seelenwesen und Schutzgeister, die sehr stark an einen Menschen gebunden sind und nach dessen Tod in der Welt zurückbleiben, stellen einen Seelenglauben bei den Germanen dar. Und gerade deshalb stellen diese weiblichen Folgeseelen und Schutzgeister, die Phylgien und die Hammingya, die von Träger zu Träger mit dem Tod weitervererbt werden und dann Teil ihres neuen Trägers werden und als dessen Schutzgeist und Glück agieren, ein so interessantes Konzept dar. Nicht zuletzt auch wegen ihrer magischen Verwendung in den Sagas, wenn begabte Menschen ihre Phylgien ausschicken, die sehr gefährlich sein können oder ihre Hammingya nutzen, um eine andere Gestalt anzunehmen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020